In den heutigen Vivi News, Mondo Media bringt die beliebte Serie Happy Tree Friends. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic Drop auf Vivi an. Und wir schauen uns auf jeden Fall das Thema Augmented Reality, genauso wie auch hier Apples Ankündigung für die kommende Augmented Reality Virtual Reality Brille an. Das sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nie verpassen solltest. Und deswegen würde ich sagen, starten wir heute auch direkt rein ins Video. Hier wieder ein alter Location mit besserer Mikroqualität und so weiter und so fort. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Starten tun wir als allererstes mit einer ganz kurzen wichtigen Sache für euch da draußen. Und zwar hat die Vivi App nämlich ein neues Update, deswegen unbedingt App updaten, um hier auf jeden Fall auf dem neuesten Stand zu sein, dass ihr keine Fehler bekommt und so weiter und so fort. An dieser Stelle wurden bei diesem Update wirklich eigentlich nur Bugfixes, Performance Probleme einfach nur behoben. Ansonsten nichts Besonderes. Im Anschluss würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an und der ist tatsächlich spannender, als er aussieht. Denn wir haben hier auf jeden Fall Edge of Spider-Wars Hashtag 2, was wir sehen werden mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Covern am 1. Juni. Das heißt Donnerstag um 17.000 deutscher Zeit. Das Ganze hier einmal mit diesen Covern und das ist tatsächlich ein Modern-Art-Cover bzw. aus dem Jahre 2014. Dementsprechend noch gar nicht so alt, aber wir haben nämlich die First Appearance von Spider-Jean, also Jean Stacey mit dabei. Das unter anderem ist ja Spider-Mans Freundin eigentlich, aber durch die Multiversen kann hier im Prinzip auch sie existieren als Spider-Man, im Prinzip nur als Frau. Und das ganze Comic ist tatsächlich auch auf Go-Collect sehr, sehr beliebt. Schauen wir uns mal die Preise an. Eine 9.9 wurde hier für 2.230 Dollar in 2015 verkauft. Das ist mittlerweile über acht Jahre her. Dann haben wir hier eine 9.8 und die wurde für 1.150 Dollar verkauft. Jetzt würde ein oder andere sagen, hey, das ist ja überhaupt gar nicht so viel und so weiter und so fort. Aber man muss sich hier auch die Zahlen anschauen. Die sind nämlich sehr, sehr wichtig. Insgesamt gibt es nämlich über 3.300 gegradete 9.8, was eine extrem hohe Menge ist. Und dafür ist der Preis schon ziemlich weit oben, muss man einfach ganz klar sagen. Unter anderem gab es über 1.500 Sales. Dementsprechend meiner Meinung nach wirklich ein sehr starkes Comic. Das Ganze wurde unter anderem auch nochmal von unserem Comic-Experten Chris bestätigt an dieser Stelle. Der auch gesagt hat, hey, super spannendes Modern Art Cover und auch Comic insgesamt. Und ihr seht auch hier 9.6, sehr, sehr viele Grades, sehr viele Verkäufe. Trotzdem eigentlich ein relativ moderater Preis. Wir haben andere Comics gesehen, wo auch ähnliche Zahlen hier drüben bei Verkäufen wie auch Grades waren. Und da waren die Preise einfach deutlich niedriger. Das heißt hier auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen. Ich persönlich werde das ganze Comic wahrscheinlich so oder so skippen. Aber nichtsdestotrotz für den anderen Sammler hier bestimmt eine interessante Sache. Mondomedia bringt auf Vivi ihre ersten Collectibles raus. Und das Ganze sind hier die Happy Treat Friends. Und das Ganze ist tatsächlich relativ beliebt anscheinend. Ich persönlich kenne das tatsächlich überhaupt nicht. Aber insgesamt wird das Ganze hier am Freitag um 17.00 Uhr deutscher Zeit mit 4 Collectibles jobben. Und so sehen auf jeden Fall hier an dieser Stelle erstmal die ersten drei aus, die wir sehen werden. Ich bin gespannt, wer hier der vierte ist. Und ansonsten haben die zum Beispiel hier auf YouTube insgesamt 5,5 Millionen Abonnenten. Was natürlich schon echt eine richtig große Anzahl ist. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Leute hier auf jeden Fall auch auf den Zug aufspringen werden. Und diese Collectibles sich holen werden. Wenn man sich die Kommentare unter dem Tweet einmal anschaut, dann sind sehr viele Leute überrascht. Ja, Randy schreibt zum Beispiel, this change everything. Also viele Leute sind hier auf jeden Fall gut und positiv gestimmt auf diese Sache, beziehungsweise auf diesen Drop. Und dementsprechend könnt ihr auf jeden Fall mal gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr den ganzen Drop mitnehmt oder nicht. Für mich persönlich wird es aber wahrscheinlich ein Skip werden. Der 5. Juni kommt immer näher. Und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, hey, was ist denn am 5. Juni? Am 5. Juni ist nämlich die WWDC. Und dort wird Apple sehr, sehr, sehr wahrscheinlich seine Brille vorstellen für Augmented Reality wie auch Virtual Reality. Und mittlerweile ist es mehr eigentlich als offensichtlich. Denn wir haben hier nämlich unter anderem auch ein Video bekommen, wo auch ganz, ganz stark hier natürlich auf Augmented Reality gesetzt wird. Dementsprechend hier die Vermutungen sehr, sehr, sehr nahe liegen. Auch wirklich mit einer coolen Experience meiner Meinung nach, wie man hier sich das Logo anschauen kann. Und dementsprechend kommt auch die Mass Adoption von solchen Produkten immer, immer näher. Denn Apple ist einfach der größte Tech-Gigant, hat dementsprechend extrem viel Einfluss. Und viele Leute kaufen sich auch einfach nur Apple-Produkte, weil es von Apple kommt. Und das Ganze wird auf jeden Fall, jedenfalls meiner Meinung nach, eine extreme Revolution auslösen. Eventuell sogar hier ein Bullrun für Sachen, die man sich digital, beziehungsweise in Augmented Reality anschauen kann. Meine Vermutungen an dieser Stelle aber nur. Und insgesamt gibt es auch wirklich riesige Fortschritte, was das Thema Display beziehungsweise auch Qualität angeht. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel ein Bild, was tatsächlich auf einem Display ist. Das ist nicht real, was ihr hier im Hintergrund seht. Und ich muss sagen, es ist wirklich unfassbar, was mittlerweile möglich ist an Mini-LEDs oder Mikro-LEDs. Ich weiß gar nicht mehr, was es überhaupt schon ist. Auf jeden Fall wahnsinnig kleine LEDs, die wirklich ein unfassbar gutes Bild abgeben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auf jeden Fall hier auch in der Brille von Apple mit verbaut sein wird. Was an dieser Stelle natürlich auch eine enorme Experience bietet für den Benutzer. Und das Ganze wird im Endeffekt wahrscheinlich auch sehr positiv. Dann, wenn man sich die Digital Collectibles anschaut, zum Beispiel auf Vivi enorm positiv auswirken. Und ich bin an dieser Stelle wirklich extrem gespannt. Ich wollte das Ganze eigentlich live streamen. Das Problem ist aber, dass ich genau zu dieser Zeit leider im Flugzeug nach Kanada sitze. Dementsprechend kann ich das leider nicht live streamen. Aber ich werde dich natürlich hier nach dem gesamten Livestream, wenn ich in Kanada gelandet bin und das erste Video aufnehmen kann, hier ein bisschen darüber sprechen und darüber berichten, was meine Meinung dazu ist und so weiter und so fort. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir weiter mit den weiteren Themen durch. Und ja, das große Thema, was jetzt als nächstes kommt, ist der nächste Collector Talk, den ich jetzt schon mal ankündigen kann. Und zwar nämlich am Samstag um 10 Uhr morgens tatsächlich. Aus dem Grund, weil Mr. David Yu uns dort unter anderem beehren wird und wir dort mit ihm einen Special Collector Talk machen. Für Leute, die jetzt denken, oh mein Gott, jetzt kann ich endlich die Fragen stellen zu Vivi und die Komite, die ich schon immer stellen wollte, muss ich leider an dieser Stelle enttäuschen. Wir werden uns wirklich nur auf das Sammeln fokussieren, natürlich aber auch um das Sammeln bei Vivi selbst. Also sei es zum Beispiel, was er von dem und dem Collectible Health, also sowas kann man alles schon mal fragen. Oder so ein bisschen Hintergrund-Stories auf Fragen. Keine Sorge, das ist auf jeden Fall erlaubt. Aber es geht nur darum, dass wir ihn dann nicht in irgendeiner Weise mit wieder sooen und wann, wo kommt das, wieso kommt das nicht und so weiter und so fort. Diese Fragen werden überhaupt erst gar nicht beantwortet, beziehungsweise auch gar nicht darauf eingegangen, sage ich jetzt schon mal vorne rein. Aber wenn du auf jeden Fall, was das Thema Sammeln Interesse hast, dann ist das definitiv ein sehr, sehr spannender Livestream für dich. Wir werden auf jeden Fall einige sehr spannende Fragen stellen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du dabei bist. Schreib es dir gerne unten in die Kommentare und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf Samstagmorgen mit euch. Ansonsten gibt es nochmal zwei Reminder und zwar nämlich das Gauntlet-Craften. Bis zum 10. Juni habt ihr hier noch Zeit, das Gauntlet zu craften und damit auch den Thanos-Airdrop zu bekommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden knapp 280.000 Gauntlets gecraftet und insgesamt 906 Secret Rare Eye of Agamotus wurden an dieser Stelle geburnt. Das ist auf jeden Fall eine Menge, meiner Meinung nach. Dementsprechend hier auf jeden Fall der Reminder zu diesem Airdrop. Ansonsten noch einmal ein kurzer Reminder und zwar nämlich zu den Guardians of the Galaxy Mighties, denn hier gibt es ja unter Räumen auch ein Airdrop. Und bis zum 31. Mai, das heißt bis heute, um 17. in deutscher Zeit, habt ihr im Prinzip noch Zeit, hier das Set voll zu machen, um den Rocket Mighty dann noch zu bekommen. Insgesamt wird der Airdrop dann aber auch erst am 6. Juni ausgeliefert werden. Aber bis dahin habt ihr jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall noch Zeit, die paar Stunden das ganze Set voll zu machen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video an dieser Stelle gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin, der Captain. Ciao, ciao.